hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play um sie zwei hier auf dem kanal wir fahren heute die linie 64 vom nordbahnhof zum nordbahnhof aber wir stehen hier noch in der hause also schön nach hause ja immer noch sehr sehr bewusst wie in der letzten folge der mann a 23 37 aus dem mit der co2 matrix welch genau so auswendig kann ich sagen müsste ich nachher mal nach neben uns steht ein facelift auf der 63 kann sein dass er jetzt auf 25 oder so wechselt kann ich so jetzt nicht sagen wir haben noch ein bisschen aufenthalt wir sind der letzten folge 25 gefahren vom versorgungsamt hier zum nordbahnhof und haben jetzt praktisch den selben fahrplan und fahren jetzt die 64 stehen so genau im pausen hat der 25 waren aber jetzt auf dem kurs die 64 haben noch drei minuten wir ziehen jetzt gleich mal vor hier auf dem fahrplan zu sehen ist die 64 vom nordbahnhof zum nordbahnhof über armin straße regen reichbrück bahnhof aus stadtgalerie hauptbahnhof stadthalterplatz zurück zum nordbahnhof ja um sie dann kommen sie so ich möchte hier kein mit ganz ganz wenig schritte tempo ok wir waren doch ein bisschen zu schnell eine tageskarte für eine person hätte ich gerne guten morgen tageskarte guten morgen wir haben ja noch was beziehungsweise lieber ein paar mehr machen können wir den bus schon mal heben so aber dann das ist schön alte schulstraße es könnte passieren dass ich den ein oder anderen schläge auf der 64 die hilfszeit anmachen müsste wenn ich mir zu unsicher erstmal aus von hoher gut ja glän 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 Dann wollen wir mal weiter. Tasche abruhe, Nordbahnhof, Nordeingang. Das ist aber der Vespe jetzt rein. Da bin ich auch noch zuzutrauen, der Umsekretärin. Guten Tag. Guten Tag. Lessingstraße. Ja, und da vorne kommen wir in der 30er, sorry. Möchte der Hermann? Sieht nicht genau aus, okay. Dann kann ich dem auch nicht weiterhelfen. So, wir müssen jetzt hier aber feilen. Aber mit Übung und Augenmaß klappt das auch. Ja, jetzt kommt die Ditas weg. Ich hab nur die Amensagel. Oder Chess, wir holen das nochmal. Der Herr möchte aber nicht. Guten Morgen. Morgen. Komödiengasse. Zugang zum Stadttheater. Umstieg zum Regiebus in der Linie 56 in Richtung Oberkirchbach-Hechem. Da hätte ich mir über Kirchbach. Aber Kirchbach, so. Aha. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Habe ich das Auto richtig gesehen? Nee. Nee. Ach, der ist gespawned. Das ist auch gut. Nein, das bringt nichts. Hier hinten war's ja so schön. Falls ihr das klickt in der Maus, tut's mir leid. immer noch nicht. Aber hier. Dann sollte ich auch die richtige Maustaste drü- äh, die richtige Taste auf der Tastatur andrücken. Immer noch nicht. Ähm, wo gehen wir denn mal hin? Hinten. So, das müsste jetzt aber reichen. Ja, sollte reichen. Haben wir zwar plus 1,5, aber das ist noch nicht ganz so tragisch. Ja. 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 Momentos-Wieg. Ja, auch müssen sie uns seine machen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich nicht mehr so fühle. Guten Morgen, ein Kind bitte. Guten Tag. Danke schön. Bitte sehr. Eine Kurzstrecke bitte. Bitte sehr. Danke. Zwei zurück, bitte sehr. Weil wir hier auch schon... ...während ich in der Haltestelle stand, wir ins Auto gebracht ist. Kreisfreie kann ich auch erst gut sein, und... ...überziehen. Arminstraße, Riemann. Muschig in die Linie 66. Richtung Donnerhain und... ...Kreuzinger Brücke. Beziehung über... ...Währe... ...Hoptern. So, dann wollen wir mal hier von Haltestelle. Guten Morgen, meine Damen. Ich würde gerne, dass du da jetzt als erstes fährst. Bekanst. Oh ja, und der Kollege auf jeden Fall auch. Den kann ich denn jetzt beim Ausflug. Haben Ausflug mich nicht gebraucht. So. So, nachdem kannst du. Ja, da kriegt auch einer. Aber danke. Ja, Kollege, du kannst da auch raus. Wir müssen da nicht rein, denn sie sitzt da nicht ein bisschen eng. So. 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 Ja, das Land hat auch immer so. Ui, die schweben in der Autos. Ui, die schweben in der Autos.